so um die leute ist er muss ich habe den alten Knacker vor mir stehen mit einer und Pistole ich bin und ich habe Waffe und bin gefährlich natürlich mit dem Kopf 4 7 3 diese alte Knacker da ich habe meine Kopter ich habe es mal ein Bild geholt oder dort wird meiner Kopf ganz schnell so was zu so ein Lächeln das ist ein wunderschönes Lächeln das heißt wer hat sich wieso hört sich das hier so komisch an das ist ja egal ich bin ein Skelett übrigens oh mein Gott das Ding ist bei mir explodiert ich bin übrigens ein Skelett ne wie ihr seht ihr könnt ihr jetzt sehen Skelett untersucht mich ich bin nicht da ich bin nicht da ich lache ich lache dich aber loo ich bin ein paar Meter neben dir hier? warte warte wir sind nach rechts andere Seite das andere rechts so rückwärts jetzt nach rechts nach hinten noch bis zu mir noch bis noch voll jetzt ist bis nach links schauen genau jetzt steht vor dir und auf dem Boot ich weiß nicht jetzt steht ich bin wirklich jetzt liegt sie nicht okay schätze aber ich habe ich aber schlack da wirklich aufgeboten okay das war das ist 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 losfliegt sie jahre au um vor Ort bei ihrem Kippenau die Sons und Deutsch man wird um ein Gott um ein Gott ich bin ausgestiegen wegen dir das fragst du sogar noch nein wirklich jetzt ich wollte eigentlich nur einen Saal lieber festigen aber dann mein Gott war das kann die Wolltischen bespielen die Wismut dort so praktisch nur um das passiert nicht schon wieder aber ich hausse dieses Flugzeug ich hausse so aus dem Flugzeug warum kann ich nicht hoch ja und mit dem Hof zu fahren ich noch vor ja endlich ich fliege und nicht mehr unter jetzt wie ich aber unter Ort Notauschlieb ich um mir nun mal ein Maßbezüchen ich fliege aber leider ohne Schub, richtig rein schießen? oh doch Alter nein! okay also ich krieg Fölner in Brüche gerade also wieso das das ist doch uncool egal okay, jetzt einfach lag okay, jetzt 300 Ping 320 wieso wieso komisch das ist ein Luggy das waren keine Fram Brüche ich glaub man muss nur der Gems-Lock selber machen das ist doch nicht erstmal nix wooo 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 warum s ist doch wieder flüssig ne? ja So, ich mach auf jeden Fall was sehr lustiges War aber was schönes Ja, so ist das kli... Alter, ich bin jetzt schon Haha, ich weiß... Au Das ist nicht witzig Guck mal, wo ich schon gefreut bin Guck mal, das ist laut Guck Ey, der Müllmann ist endlich da Mach Warte, mach nochmal Okay Hier ne Bank Mist, ich will hier versuchen, wieder zurück zu pushen Okay Oh, wie so Wahnsinn Da fliegt noch etwa Ich schlafe mir nämlich lieber selber Komm, ich will mir Tennis Ähm, schlau Ohohohohoh Alter We lost the boss Ah, ich dachte Okay, okay, los im Revan, jetzt kommt Kühlschrank Schluck Kühlschrank Ups, na Äh, okay Jetzt weiß ich, soll ich... Jetzt weiß ich... Ich weiß nicht, wie so Lachs und so... Alter, wie so Lachs und so... Ach, nein, 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 oh... Schluck Schluck Ohohohohoh Okay, zu viel Sache wird schnieren Ja, mach mal wieder Ja, mach mal wieder Blöder Nerviger Alter, lass mich Alter, lass mich Seug Pilot Ah, das noch weiter Tschüss Nein Doch Okay, so, ich bin ja am Sofa Äh... Warten, wo krieg ich das jetzt? So, äh... Ich hab ja hier Ja, da, äh, kann ich mir das nicht so holen, ähm... Wo ist das jetzt hier, ähm... Und? Hm, dann nehm ich mal kurz die hier Und, ähm... Ja... Jetzt kommt in der Aufnahme Mr. Games hat bei mir und zeigt mir einen Tomaten Ich mag keine Tomaten Geht, das ist... das ist gut, jetzt brauch ich nur noch einen, äh... Äh... Was ist der Teufel? Ah... Eik, Alter! Äh... Ohi Gott, geh weg! Nein, nicht zu mir, geh zu ihm! Wuii! Oh! Wuii! Das kriegt es zurück! Hihihiihi... Komm, wie spürt das vor? Und das nur mein Hext A- Ups, falsche... Flugzeug, falsches Flugzeugen... äh... Ah, hier... ok wenn du bist du am Arsch bist du pervers ok wenn du bist du Daniel lasst mich niemals ich habe diesmal einen Bärdensucher hol's dir nicht mich ihn nicht mich umglitsch umglitsch blau meine kleine hol ihn dir ah hol ihn dir hol ihn dir hol ihn euch du auch alter nein wunderschöner Plan zerstört komm hoch zu meiner Leiche guck mich an Alter nein Alter Alter komm mal zu meiner Leiche geht da hin bumm ich kann den ganzen Zombies aufwählen Nein Epic du darfst nicht fliegen du hast mich geschwängert der Zweck hat mich Dings von TF2 hat mich jetzt hinzugefügt von TF2 Part aus aus in diesem Bärdensucher oder was auch man das sein soll um das ist wie gemeint aber warte mal damit ich mal kurz anschreiben kann ok sag mal kurz mal in der Aufnahme einfach mal so oder soll ich einen Schnitt machen ja ich weiß nicht ich mach einfach einen Schnitt bis gleich ok oder gleich einfach bis jetzt gleich geht's weiter